Da lieg ich, was einem Gavalier net weiß passieren kann in dieser Wiener Stadt. Wer nicht mein Gusto hielt, da ist eins gar zu sehr in Gottes Hand, wer lieber daheim. Herr Medikus verbiegert sich vorauf, macht er das Bett aus lauter Federbetten. Ich komm, erst aber trink ich noch, marschier er nur in Desseln. Ein Federbett, zwei Stunden noch zu dich, wer Zeit lang haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Zeig sie den Wisch, such sie meiner Tasche, meine Brillen, nein, such sie nicht, kann sie Geschriebenes lesen. Herr Kavalier, den Morgen gen Abend hätte ich frei. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie wart auf Antwort, sie wart auf Antwort, sie wart auf Antwort. Sie hat ruhig, schon am Ruhig, allergelerisch glüht. Komm sie noch dich, die wird die Antwort noch erschriftlich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020